okay hier ist ein bisschen kalt, ich werde mir kurz ein Pullover anziehen oh Junge, das hat Leak gerochen, da nehme ich einmal im Leben mein Headset ab und direkt hast du die Dr. Fordra jetzt noch seine Ufoqueen gesehen? ja, habe ich wenn mich nicht alles täuscht, ich weiß nicht wie detailliert ich das sagen darf aber ich denke das ist nicht das größte Problem, darf ich die bald sehen insofern werde ich sie darauf ansprechen oh Sion Jungle, stimmt da war ich ja halbwegs drin in der Meta gerade, ne? gegen Eve, okay warte ich hasse Eve Spieler so sehr, was countert Eve? Talon, je angeblich, je, je soll Talon, äh je soll ein Eve Counter sein? shut the fuck up, das ist eins der schwierigsten Matchups für diesen Champion Warwick, Warwick is supposed to be, ach so wenn man sie festhalten und vieren kann oder was? oh aber was, was tun wir als Sion Jungle gegen eine 2-0 Eve Jungle? Denken wir mal kurz nach, was tun wir dagegen? nichts basically, right? die ist unsichtbar, das heißt wir können unsere Q nicht aufladen, weil wir nicht wissen wo sie herkommt, ne 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 würde ich echt gerne, aber ist es nicht, aber Kritzion, dann müsst ihr den Q nicht aufladen, kann man was spielen, kein Kritzion was ist das für Fishing hier Simon? wer kommt mit mir duschen, was ist das? das ist fast Season Ende, Elo ist unwichtig ab jetzt, oder? ich bin über der halben Map, so bin ich schon wieder so weit links, ich verstehe das nicht, dass meine Kamera sich immer so hart geschiebt 4 Stacks, 5-6 oh und ein Heal von der Nahrung ein Traum ein einziger Traum ok, äh, Bessly wollen wir versuchen kennen einmal zu killen bevor Sonja es hat, und ansonsten hoffen wir einfach nur, dass die Lux nicht gegen die Rele reinfiedern, was höchstwahrscheinlich nicht passieren wird ehrlich gesagt, ist das aber wie es ist, ist es mir lieber, dass die Eve je band und ich dann nicht je in Eve reinspielen kann, als dass ich je geblindpickt hätte und dann der in Eve spielen müsste so, I don't know, ist mir tatsächlich lieber goodbye und Eve, dein Early Game Impacto? weirder Beck, aber ich hab grad nichts zu tun aber was, wenn Kniescheibenbrecher Eve Hobbs nimmt? I highly doubt it actually, I do not highly doubt it, I just low-key doubt it ach ja, Vögel und Crux ohne Tiamat machen mit General Warwick, witzig ah fuck it, we're going for it oh, Lux, du unfassbar attraktive Mitlanerin Junge das ist die zweitbeste Lux, die ich kenne und dafür spielt Jan gar nicht so oft Lux nein, ok, das meinte ich nicht ich bin Warwick, ich hab Level 6 ich hab schon so viele Vorteile jetzt gerade so hot so hot so hot ist aber die zweithotteste Person, die ich kenne ich find's gut, dass ich schon gar nichts mehr sagen muss in irgendeinem voll aufm aufm Interpretationstrip seit hier im Chat oh mein Gott, hab ich sie verkauft? scheiße, hab ich sie verkauft bitte helfe uns oder wir werden hart du stehst 2-1, dein Leben ist doch in Ordnung eigentlich ich bin immer noch ein großer Freund von W, Max of Warwick weil ich der Meinung bin, dass der Mutanspeak das ist, was ihn broken macht auf dieser Ebene deswegen Max, sehe ich W bevor er wieder fragt ich bin so traurig ich bin so traurig ich bin so traurig können wir uns nicht kann ich einen Jungle Gap in den Chat der weiß glaube ich nicht, dass ich Stream das bei der Random grade wait ich verstehe, warum Warwick Encounter ist ich seh ja, wo sie ist wenn sie lowlife weg kommt sehe ich ja, wo sie ist wegen meinem Tracking wait deswegen das ergibt voll viel Sinn Ah! Au! Nein, der Kennen-TP hat wehgetan. Sehr, sogar. Mehrfach kommt, mehrfach kommt. Mehrfach hat keine Ulti, doch. Doch, mehrfach hat keine Ulti! Bix-Head. Oh, der F-Head spür ich nicht. Actually spür ich doch hart. Oh, ja. Schön. Oh, schön geduldig gespielt, actually. Efe Snowden und du die NSA. Der ist nicht 100% actual, aber er ist der 5-Head. Images-Oh. Oh. Ich hab geultet noch, was soll das? Oh. Alter, Mel fällt ja so attraktiv. Wen track ich denn hier? Oh mein Gott, das hätte ich ja sagen können. Hey. Kaiser will den Farb? Kaiser, du bist 8 Sekunden tot. Äh, Dracid Iron-Remote. Oh, nee. Ist das nicht ein AP-Mail-Fight? Ja, basically, right. Macht mich, oder? Nee, keine Kerze. Die kommen nicht her? Interesting. Was machen sie dann? Huh. Cool. Danke für die Benachrichtigung. Ich hab keine Ehe. Oh, da töd ich sie fast noch. Da hättet ihr einen Mid-Fight. Obwohl, in der, in der, Canon-Ult-Mid-Fight wäre dumm gewesen für die. Nee, war schon richtig, dass die nicht mitgegangen sind. Baroness hat Sorda up. Aber ich will den ehrlich gesagt nicht contesten, weil den Teamfight's bieten wir uns momentan noch. Basically, prepare that shit. Pick someone und dann rein. Ich verstehe nicht ganz, wo die sind. Die Ult ist hier nicht raus. Oh. Move in Speed. Oh mein Gott, dieses Team ist ja so attraktiv. What the fuck? Also, ich spiel das ja auch decent. Aber mein Team ist ja so hot. Oh mein. Der beste Engage sei das Engages gibt. Haben wir schon ein Ausrufezeichen Elona? Ach, Mann. Oh mein Gott, ich hab sie nicht getötet. Im Elfweit muss die so ankotzen, die MF. So, wenn wir Kaisers Damage haben. Kaiser! Please, I need your damage. Why not? Die haben keinen Jungler. Wie sollen die das contesten, in deinen Augen? Hä? Was soll die Scheiße? Hätte jeder den Barrel gedamaged? Ja. Dann wäre das wahrscheinlich echt gut gegangen. Dann hätte vielleicht der Ken in keiner Zeit gehabt, sich zwei Stunden lang Zeit zu set upen. Ich hab vielleicht für den Ken ulten können. I don't know. Aber das war komplette Katastrophe, Alter. Und auch noch direkt nachdem ich sowas sage. Ey, das ist so typisch. Das ist so typisch. Ja, gut. Mango ist aber auch ADHS hoch 35. Ich muss mir auch mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß. Danke, Bron. Don't chat and leak, guys. Don't chat and leak. Ich war gerade Brain aufgeregt. Ich hab was gelesen und hab da voll drüber nachgedacht. Ich hab überhaupt nicht ins Game geguckt. Ich bin einfach nur irgendwo hingelaufen. Ich wusste nicht mal, wo ich hingelaufen bin. Aber ich bin halt in Warwick. Ich falle ab jetzt ab. Da ult ich sowas von rüber. Das is ridiculous. The enemy is sick. Ich finde den Entry einfach nicht. Ich muss halt die MF holen. Aber ich komme nicht an sie ran. Flush hier. Was macht der denn hier hinten schon wieder? Ich hab gar nichts mehr. Kein Mana. Nichts. Ah, this is getting worse by the second. Wir sollten auch Fluss aufwärts bis Pladin. Lieg's über Pladin. Pladin war Valorant. Der Inhab da wär hot. Wir wurden das erste mal getrappt und direkt zerstört ist uns komplett. Warum versuchst du das noch zu fighten? Oh mein Gott. Habe ich den Fight gerade wirklich gedreht? Oh mein Gott. Oh, der Lenkelwolf. Wie Magic die Kaiser hätte die Regler nicht überlebt. Oh mein Gott. Not for fuck. Wait, der ist auch hier rum, oder? Wieso bist du nicht weitergelaufen? Wird ich nicht top enden wollen? Warte, wir hätten das enden können? Oh. Genau. Aber es gäbe. Ähm. 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 Der Lenkelwolf. Das war hervorragend gedreht, dieser Fight. Holy shit. Einfach für die Kaiser gepeilt, sodass ich dir als Dio zurückhalten konnte. Und dann war es das einfach. Leute. Soll ich mal was erzählen? Das Video jetzt vom 24 Stunden streamen. Mit mir. Mit mir als. Als. Uwo Queen. Outperformt jedes andere Video. Um. 30 Prozent. Oder von den letzten 10 Videos. Selbst das beste Video in den letzten. Das schlechteste um 400 Prozent. What is this? I used to think I was find being lonely. But I'm not afraid this time. Oh. And go on fight away. 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 I see my eyes. I see my head. Is going to be a followed at least what's going on? I don't know if it floats. I don't feel like a dicen. Bis zum nächsten Mal.